Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch diesen wunderbaren farbenfrohen Drachenschwanz machen. Für dieses Tuch habe ich ein einziges Knoll gebraucht, nur so gut 100 Gramm. So ein kleines bisschen ist von dem Knoll noch übrig. Ein paar Reihen hätte es noch gebracht, aber ich weiß nicht, wie es euch immer geht. Umso weniger Wolle auf dem Tisch ist, umso mehr traut man sich nicht weiter zu stricken und weiter in die Länge zu wachsen und hinterher stellt man dann doch fest, okay, ein paar Reihen hätte es noch gebracht. Aber gut, das geht mir halt jedes Mal so und ich weiß nicht, wem es von euch noch so geht. Könnt ihr mir ja unten mal in den Kommentaren Bescheid sagen? So, dieser Drachenschwanz, wundert euch bitte nicht. Wir nehmen auf der Seite und auch auf der Seite zu. Das heißt, wir nehmen nicht nur auf einer Seite zu, sondern wirklich hier und hier. Aber es entwickelt sich nur in eine Richtung. Das werdet ihr ganz, ganz schnell beim Stricken merken. Hier habe ich noch meinen Anfangsfaden, den muss ich noch vernähen. Stört euch bitte nicht daran. So, jetzt schauen wir uns mal das wunderbare Muster an. Wenn man das so liegen hat und so sieht, erinnert das hier wunderbar an drachige Schuppen. Und auf der anderen Seite sieht das Muster so aus. So, jetzt haben wir es mal im Direktvergleich. Das ist die eine Seite, das ist die andere Seite. Viel Muster ist bei diesem wunderbaren Drachenschwanz nicht zu beachten. Deswegen ist der auch wunderbar für Anfänger geeignet. Weil wir haben nur eine Musterhand und die Rückreihe wird dann immer rein rechts runter gestrickt. Also wirklich eine ganz einfache Geschichte. Aber alleine durch diese Farben von diesem wunderbaren Drachenschwanz wird das Tuch einfach nur wahnsinnig schön und bringt richtig Farbe in den Herbst. Ihr seht, ich bewege es mal so ein kleines bisschen hin und her. Da könnt ihr die Farben mal so richtig auf euch wirken lassen. Ganz tolle Farben. Und es macht auch richtig viel Spaß damit zu arbeiten. Ich verlinke euch die Wolle zweimal unten in der Infobox. Einmal von Amazon und einmal für die, die jetzt kein Amazon haben und nicht so mögen, direkt von dem Shop. Guckt euch mal diese wunderbaren kräftigen Farben an. Also ich muss mich ganz ehrlich sagen, ich habe mich total in diese Farben verliebt. So richtig schöne kräftige Farben. Da kann der Herbst da draußen richtig schön toben und egelig dunkel sein. Wir haben schöne kräftige Farben und damit strahlt die Sonne, egal was für Wetter da draußen ist. So meine Lieben, und jetzt möchte ich mit euch zusammen diesen wunderbaren Drachenschwanz stricken. Für dieses wundervolle Tuch verwende ich die Papataya Batik. Wir haben hier ein wunderbares Einhorngarn. Einhorngarn. Wirklich richtig viele schöne Farben sind dabei. Und so kriegen wir auch richtig Farbe in den Herbst. Dazu brauchen wir dann noch einen Maschenmarkierer und die Stricknadel Nummer 5. Die Wolle ist ausgegeben für die Stricknadel 4 bis 4,5. Ihr könnt aber auch mit der 5,5 und mit der 6er noch stricken. Wenn euch das, da wird es halt ein bisschen. Die Löcher werden ein bisschen größer und es fällt ein bisschen anders. Also ich mache das jetzt hier mit der 5er Nadel. Aber ihr könnt auch die 5,5 oder die 6er Nadel verwenden. So, wir haben hier die Farbnummer 5, 5, 4, minus 3, 7. Waschbar bis 30 Grad, 100 Gramm auf 360 Meter und 100% Acryl. Aber es ist eine ganz tolle Wolle. Richtig schön bunt. Richtig schön. So, als erstes lege ich mir den Faden in die Hand. Dafür gehe ich über den Daumen mit dem losen Ende. Über den Daumen, über den Zeigefinger und lege mir das lose Ende in die Hand und den Arbeitsfaden vorne in die Hand. Dann nehme ich meine Nadel, gehe mit der Zwischendaumen und Faden rein, hebe den Faden an, drehe die Hand leicht und hole den Faden von hier drüben. Masche Nummer 1. Wieder zwischen Daumen und Faden rein, drehen und jetzt holen wir uns das Stückchen Faden von hier drüben durch die Schlaufe beim Daumen. Masche Nummer 2. Das war schon unser gesamter Maschenanschlag. Mehr machen wir nicht. So, ich habe jetzt hier ein ganz kurzes Seil auf der Nadel. Ihr könnt auch gleich mit dem kurzen Seil starten oder auch gleich das lange Seil verwenden. Das ist ganz euch überlassen. Ich habe jetzt hier zum Zeigen das kurze, aber ich werde dann relativ schnell auf das große Seil wechseln. So, wir gehen jetzt mit der leeren Nadel vom Seil Richtung Nadelspitze durch die Masche durch, holen uns den Faden, gehen zurück, lassen aber die Masche auf der Nadel. Jetzt gehen wir von der Spitze Richtung Seil hinter der Nadel in die Masche rein, holen uns den Faden, gehen zurück und jetzt darf sie von der Nadel kleiden. Und schon haben wir aus einer Masche 2 gemacht. Das gleiche machen wir jetzt mit dieser Masche auch. So, jetzt haben wir schon 4 Maschen. Wir verdoppeln wieder die erste. Dann machen wir einen Umschlag. Ein Umschlag. Wir gehen mit unserer Arbeitsnadel, das ist diese, um den Faden drumherum und wickeln den so halb einmal drum. Dann gehen wir durch die nächsten beiden Maschen vom Seil Richtung Nadelspitze durch die Masche durch, holen uns den Faden und stricken beide Maschen ab. Die letzte Masche wird verdoppelt. So, auf dieser Nadel stricken wir alles einmal rechts. Das heißt, wir gehen vom Seil Richtung Nadelspitze durch die Masche durch, holen uns den Faden und stricken die damit rechts ab. Auch unsere Umschläge rechts abstricken. So, die erste Masche wird jetzt wieder verdoppelt. Dann ein Umschlag. Die nächsten beiden Maschen stricken wir zusammen rechts ab. Das heißt, vom Seil Richtung Nadelspitze und abgezogen. Ein Umschlag und noch einmal rechts abstricken. Also, wieder die nächsten beiden Maschen zusammen rechts ab. Und die letzte Masche verdoppeln. Handwechsel. Auf dieser Hand stricken wir jetzt alle Maschen rein rechts ab. Handwechsel. Die erste Masche wieder verdoppeln. Ein Umschlag, die nächsten beiden Maschen zusammen rechts abstricken. Ein Umschlag, die nächsten beiden Maschen rechts zusammen abstricken. Ein Umschlag, die nächsten beiden Maschen rechts zusammen abstricken. Und die letzte verdoppeln. Handwechsel. Wir stricken wieder jede Masche rechts ab. Handwechsel. Am besten ist, ihr setzt euch auf die Seite einen kleinen Maschenmarkierer. Deswegen liegt auch der Maschenmarkierer mit da. Und dann wisst ihr immer, ach, wenn ich den Maschenmarkierer sehe, ist das die Seite mit dem Abstricken und den Umschlägen. So, die erste Masche verdoppeln wir wieder. Ein Umschlag, die nächsten beiden Maschen stricken wir ab. Umschlag, die nächsten beiden Maschen wieder zusammen. Umschlag, die nächsten beiden Maschen dann wieder zusammen. Umschlag. Und wieder zwei zusammen. Und die letzte verdoppeln. Jetzt gucken wir uns gleich das Muster an. Wir machen noch einmal Handwechsel und rechts abstricken. Und dann schauen wir es uns schon mal ganz kurz an. Und dann schauen wir uns schon mal ganz kurz an. So. Und so sieht das Muster bis jetzt aus. Wie ihr seht, hier bilden sich so ganz kleine Zöpfchen, aber richtig zur Geltung kommt das dann erst, wenn das Tuch größer ist. Aber so geht es jetzt weiter. Die erste Masche wird verdoppelt, dann ein Umschlag. Die zwei rechts zusammen abstricken, Umschlag, die zwei zusammen rechts abstricken, Umschlag, die zwei zusammen rechts abstricken, Umschlag, die zwei zusammen rechts abstricken, verdoppeln. Nächste Hand, alles rechts runter. So, ich stricke mich jetzt ein bisschen auf die Höhe. Wir schauen uns dann nochmal im Tuch zusammen diesen wunderbaren Farbverlauf an. Und natürlich auch das Muster. So, meine Lieben, ich habe jetzt bei mir das Tuch auf Länge und ich bin jetzt auf der Seite, wo wir normalerweise das Muster machen würden. Das machen wir diesmal aber nicht, weil wir schließen das Tuch jetzt schon zusammen ab. Wir machen ein halb elastisches Abketteln. Das bedeutet, wir stricken die ersten beiden Maschen rechts zusammen. Schubsen die Masche wieder zurück auf die Nadel, holen uns die nächsten beiden und stricken auch diese zusammen ab. Wieder zurück auf die Nadel schubsen. Zusammen abstricken. Wir gehen durch beide Maschen durch, holen uns den Faden, gehen zurück, lassen sie von der Nadel gleiten, haben hier eine Masche, hier den Rest und dann schubsen wir die wieder zurück. Und so stricken wir uns jetzt hier einmal durch. Hier seht ihr immer nur zwei Maschen zusammen. Und dann wieder zurück geschubst. Zwei Maschen zusammen, zurück schubsen. Und das gibt dann auch einen richtig tollen Rand, der halb elastisch ist. Das heißt, wir können den nicht ziehen bis Sandnimmerlein, sondern wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. Das gibt dem ganzen Tuch noch eine wunderschöne gerade Abschlusskante und hält es auch wunderbar in Form. Ihr müsst dabei nur darauf achten, dass ihr euren Arbeitsfaden, den hier am Finger, nicht allzu straff zieht, sondern den recht locker lasst, dass der Faden genug Spiel hat. Und dann geht dabei eigentlich auch gar nichts schief. Ich kettel jetzt bei mir das Tuch mal fertig ab. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es fertig ist. So, ich habe jetzt bei mir alle Maschen abgekettet. Achtet wirklich darauf, dass ihr keinen Zug auf dem Arbeitsfaden habt. Ansonsten zieht sich das ganze Tuch ein bisschen zusammen. Dann habt ihr es hier oben zwar wunderbar stabil, habt aber so ein Viertel ungefähr an Länge verloren. Deswegen wirklich ganz, ganz viel Spiel im Arbeitsfaden lassen. Oder ihr benutzt dieses elastische Abketteln. Das könnt ihr natürlich auch machen. So, ich bin jetzt bei mir auf der langen Seite auf gut 1,30 Meter und auf der kurzen Seite auf 61 Zentimeter. Wir schauen es uns jetzt mal zusammen an. Hier haben wir noch den Maschenmarkierer, wo ich mir immer die Musterhand markiert habe. Und dann schauen wir uns hier mal diese wunderbaren Farben an. Das hier ist jetzt übrigens das Muster auf der einen Seite. Und das ist es auf der anderen Seite. Also wie ihr seht, ein wirklich wunderbares Tuch. Ich könnte euch gar nicht mal sagen, ob mir die Musterseite oder die besser gefällt, weil ich finde, die haben beide was. Ich finde hier das Abwechselnde so schön, weil wenn man sich das mal anschaut, in jeder Reihe ist von jeder Farbe was drin. Oder hier halt das gesamte Musterbild. Da sieht es schon so ein bisschen geschubbt aus, wie so ein kleiner Drache. Aber mit dem Farbenspiel haben wir halt wirklich was wunderschönes für den Herbst. Ich nehme bei dem Tuch zwar auf beiden Seiten zu, aber nur eine Seite wird richtig lang. Bitte wundert euch da nicht, wenn es bei euch so ist. Das ist vollkommen normal. Am Anfang nehmen beide Seiten gleichmäßig zu und dann trotz, dass ihr auf beiden Seiten zunehmt, also auf der Seite und auch auf der Seite, wächst nur die eine Seite in die Länge und die andere nur so ganz zart und fein. Wenn ich euch das mal zeigen darf, wir haben hier die Spitze von dem Tuch und ihr seht schon, wie hier die Seite wirklich schnell in die Seite geht und die Seite ganz zart und sanft. Ich habe auf beiden Seiten zugenommen, das heißt auf der und auch auf der, aber durch das Muster, dadurch, dass wir Umschlag machen und immer zwei Maschen zusammen nehmen und das immer in dieselbe Richtung, zieht sich die ganze Zunahme mehr auf eine Seite. Das ist also vollkommen normal. Deswegen bitte nicht erschrecken, wenn das bei euch auch passiert. So, wir haben ja von hier aus angefangen zu stricken und haben ja dann hier oben aufgehört. Deswegen sehen wir natürlich auch hier unten höhere und größere Farbabteilungen, die sich dann so wunderbar da durchziehen. Und so ist das Tuch jetzt in der Länge. Wie ihr seht, hier wird es schon immer schmaler. Ich habe es ganz gerade durchgezogen, ich ziehe es nochmal zurück, dann seht ihr das, dass das immer breiter wird. Halt wie so ein kleiner, wunderschöner Drachenschwanz. So meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat ein Abo, dann verpasst auch kein weiteres Video mehr. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.